so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinen kanal heute gibt es heute gibt es die fp3s ja das ist der offizielle begriff für die funke scream 3s small also 3s ich muss schon echt sagen die sehen ein bisschen ranzig auf nicht so schön aber wir gucken uns mal an was sie so können wie gewohnt wieder der screen darauf zehn stück in der packung ja wir sind ganz ganz gut da wird schon gelächelt im hintergrund machen wir gleich mal noch ein ja die haben schon sehr viel druck die sind geil so und jetzt haben wir hier noch weg den rest von den screen 3s von funke ist auf jeden fall richtig schöner bäller bombe au ok fangen wir mal an außerhalb des die machen spaß die hier die ach so feuer die drücken da war ich zu langsam so machen wir jetzt den letzten hier richtig geile teile die dinger top bis zum nächsten video ne und hallo ein und ein ja Bis zum nächsten Mal.